Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na, sollen wir Krupp kritisieren? Die Leute sagen, es gibt Krieg. Und was denkst du? Ich hab manchmal Angst. Die Leute sagen, wenn der August erst vorbei ist und ein Stück vom September, dann fängt kein Krieg mehr an. So. Die Leute haben Erfahrung mit Kriegsanfängen. Mir passiert das oft, dass ich zu wenig sage. Auch damals, als ich mit ihm, mit Manfred sprach. Immer denkt man, da ist noch Zeit, alles in Ordnung zu bringen. Auf einmal ist gar keine Zeit mehr. Bei dir täte es mir leid, wenn ich zu wenig sagte. Oder nicht das Richtige. Du weißt wohl, dass du auf mich rechnen kannst. Ich bin dann auch nicht so, dass du jetzt machst. Jawohl! Ja? Okay. Ja? Aber ich bin ja nie mal kannte.